Bitte, ich habe eine Frage an Sie. Mein Name ist Benjamin, ich bin Fotograf. Ich möchte Ihnen ein Kompliment sagen. Sie sehen so schön aus zusammen. Sie sind in Gishim schon mehrere Jahre zusammen, oder? Ja. Ich will Ihnen von Herzen sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie mindestens noch doppelt so viel zusammenleben. Das ist aber lieblich. Also folgendes, ich mache Bilder von Menschen auf den Straßen, die interessant aussehen. Das kostet nichts für Sie. Kann ich Ihnen ein Bild schenken? Das ist mein Hobby. Also es reicht mir, wenn Sie schon mal lächeln, da bin ich schon zufrieden. Wenn ich Ihnen hinterher was geben darf, dann... Nein, nützen Sie nicht. Es reicht mir, wenn Sie Danke sagen, das ist was. Nein, aber vielleicht können Sie sich dann einen kleinen Wunsch erklären und... Okay, machen wir so. Wie heißen Sie? Also mein Name ist Benjamin. Ich bin die Tessi. Tessi, freut mich, Sie kennenzulernen. Theresia. Theresia, freut mich, Sie kennenzulernen. Wie heißen Sie? Iter. Iter, freut mich, Sie kennenzulernen. Können wir so stehen bleiben? Ja, so stehen bleiben. Wie viele Jahre sind Sie schon zusammen, wenn ich fragen darf? Zehn. Zehn Jahre? Ja, also seine Frau ist gestorben und mein Mann ist gestorben. Okay. Und nach fünf Jahren haben wir uns getroffen. Zehn Jahre beinahe. Noch nicht ganz. Erst im Oktober. Schauen Sie einfach mal zu mir. Eins, zwei, drei. Und jetzt vielleicht aufeinander schauen. Ja, eins, zwei, drei. Sie müssen mir nichts bezahlen. Das brauche ich nicht. Doch, ich möchte mal was. Das habe ich aber nicht für Geld gemacht. Das ist aber egal. Das ist, wenn Sie nur ganz... Dann spende ich das weiter. Ich danke Ihnen. Es ist ja kurz vor Ostern. Und da ist man ja eigentlich. Können Sie vielleicht ein Oster... Das spende ich einfach weiter. Wir waren gerade in der Opa. Wir waren in so einem wunderbaren Konzert. Wir sind noch ganz erfüllt. Das freut mich sehr. Das ist sehr wichtig. Wenn Sie einmal... Sie wissen selbst, wie älter man wird, so weniger wird man glücklich. Man hat nicht so viele Dinge, wo man glücklich wird, oder nicht? Ach, das will ich nicht sagen. Ja? Ja. Aber man genießt anders. Okay. Man genießt vollkommen anders, wie wenn man jünger war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. Das war ein schöner Ostern. Das war eine schöne Überraschung. Dankeschön. Also, tschüss. Bis treu Ostern. Dankeschön. Bis zum.